Was geht ab, Freunde? Heute waren wir zusammen auf dem Rummel und haben uns natürlich erstmal was zu essen gegönnt. Danach haben wir diese Rauchkugeln gesehen und wollten die unbedingt mal ausprobieren. Die waren echt überraschend kalt und man hat einfach die ganze Zeit aus dem Mund gedampft. Dann sind wir noch alle zusammen aufs Riesenrad gegangen und haben erst dann erfahren, dass Alper einfach Höhenangst hat. Jungs, ich hab echt Angst. Ohne Witz. Es war echt mega lustig, weil er die ganze Zeit rumgeschrien hat, aber dann hieß es Abrechnung für mich. Ich hab verloren und musste einfach auf so ein Looping-Karussell gehen. Ha, schaut mal mein Gesicht an. Als ich das dann aber überstanden hab, sind wir noch alle gemeinsam Achterbahn gefahren. Alper hat's mal wieder gar nicht gepackt und die ganze Zeit rumgeschrien wie ein Baby. Der Tag hat mega Spaß gemacht und am Schluss haben wir sogar noch was gewonnen. Habt ihr schon mal was beim Rummel gewonnen?